Einer von euch hat mir diese Gleichung geschickt mit der Bitte, sie zu lösen. Bevor ich jetzt anfange zu lösen, versuchen wir die Gleichung erstmal zu verstehen. Wir haben hier vorne ein Produkt aus x-3 mal minus 8, dann kommt ein Minus und dann kommt eine Klammer mit einem Minus 12. Wir erkennen Punkt vor Strich, das heißt hier vorne das, was ich jetzt mal rot markiere, das ist ein Produkt. Das heißt, es soll zuerst gerechnet werden, da hier der Punkt dazwischen ist und hier ist dann erst das Minus, also Punkt vor Strich. Das ist schon mal die erste Sache zur linken Seite und auf der rechten Seite haben wir überhaupt kein Produkt. Das heißt, es gibt nichts, was wir zuerst rechnen müssen, aber wir haben eine Klammer und auch die sagt, oder das Minus vor der Klammer sagt, das Minus bezieht sich auf die komplette Klammer. Also wenn wir die Klammer gleich auflösen, dürfen wir dieses Minus hier nicht nur auf den ersten Term hier vorne anwenden, sondern auch auf das Minus 3. Aber schauen wir uns das jetzt mal im Detail an. Wie gesagt, ist hier ein Produkt, Punkt vor Strich sagt, dieses Produkt ist wichtiger als das hier voneinander abzuziehen, deswegen kümmern wir uns erst um das Produkt. Und wir müssen diese Klammern hier ausmultiplizieren. Also vielleicht ist es ab und zu einfacher, wenn ihr den Faktor nach vorne schreibt, also dass ihr habt, Minus 8 soll multipliziert werden mit x minus 3. Vielleicht ist das einfacher, wenn ihr vorne die Zahl stehen habt, dann wisst ihr, okay, ich muss die Minus 8 mit dem x multiplizieren und ich muss die Minus 8 mit dem Minus 3 multiplizieren. Ich schreibe das Minus, Minus 12 jetzt mal noch hinten dran, beziehungsweise löse es direkt auf. Minus, Minus ergibt dann schon wieder Plus. Also das Minus vor einer Klammer dreht die Vorzeichen in dieser Klammer um. Also haben wir hinten Plus 12 gleich. Und auf der rechten Seite 5x, das bleibt erstmal so stehen, da müssen wir gar nichts mit machen. Und auch hier das Minus vor einer Klammer dreht alle Vorzeichen in dieser Klammer um. Aus dem 2x wird Minus 2x und aus dem Minus 3 wird ein Plus 3. Okay, jetzt kümmern wir uns um hier vorne das Ausmultiplizieren. Wir rechnen Minus 8 mal x, das sind ja Minus 8x und Minus 8 mal Minus 3. Minus mal Minus gibt wieder Plus, also Plus 24. Das Plus 12 übernehmen wir dann einfach und auf der rechten Seite 5x minus 2x können wir direkt schon mal zusammenrechnen. Dürfen wir ja, weil das nur x sind. Also 5x minus 2x sind ja nur noch 3x und das Plus 3 übernehmen wir auch noch einfach so. Okay, dann haben wir hier Minus 8x, das lassen wir mal so, weil wir damit auf der linken Seite erstmal nichts machen können. Und dann haben wir hier noch zwei Zahlen, Plus 24, Plus 12 sind dann Plus 36 und auf der rechten Seite bleibt unverändert 3x plus 3 stehen, da wir die jetzt erstmal nicht zusammenfassen können. Hier haben wir ein x auf der rechten Seite und auf der linken Seite sind Minus 8x. Bringen wir das dann auch mal auf eine Seite. Ich bringe alle x nach links, das heißt ich mache Minus 3x und dann verschwindet dieses 3x hier von der rechten Seite auf die linke Seite. Ich habe dann Minus 8x plus 36 minus 3x, das was ich gerade gemacht habe, gleich 3x minus 3x verschwindet und auf der rechten Seite steht nur noch 3. Dann stört mich hier noch die Zahl 36 auf der linken Seite, das heißt ich mache Minus 36, damit die 36 hier auf der linken Seite verschwindet. Ich schreibe die linke Seite dann ab mit dem, was übrig bleibt, nämlich die Minus 8x und die Minus 3x. Die 36 haben wir ja gerade Minus 36 gerechnet, damit das auf die rechte Seite hüpft. Auf der rechten Seite steht dann 3 minus 36. Und jetzt können wir diese Hand zusammenfassen. Minus 8x minus 3x. Da muss man jetzt aufpassen, wir sind schon im negativen Bereich bei Minus 8, das heißt es kommen noch, wir gehen noch stärker in den negativen Bereich rein mit dem Minus 3. Wenn man das auf dem Zahlenstrahl sieht, wenn hier die Null ist, sagen wir mal, hier ist die Minus 8, dann ziehen wir jetzt noch 3 davon ab, weil wir haben noch Minus 3 und dann sind wir bei Minus 11. Also Minus 11x sind, und hier haben wir 3 minus 36, das sind Minus 33. Und jetzt müssen wir nur noch durch Minus 11 teilen, damit das x auf der linken Seite alleine steht. Und rechnen dann Minus 33 durch Minus 11, das sind 3. Und kommen auf das Ergebnis, x gleich 3. Also wenn ihr so eine Gleichung vor euch habt, werdet euch erstmal im Klaren, was muss ich zuerst rechnen, Punkt vor Strich beachten, Klammern beachten und dann möglichst so ohne Fehler ausmultiplizieren. Die Vorzeichen sind natürlich extra da, damit es möglichst schwierig wird für euch. Aber wenn ihr das langsam alles durchgeht und immer schön auf die Vorzeichen aufpasst, dann ist so eine Ergleichung nicht so schwer zu lösen.